Hallo und willkommen zum 11. Video im Bereich Korrespondenz. Diesmal geht es wieder um den Privatbrief, allerdings mit dem Schwerpunkt Bewerbungsschreiben. Der Aufbau ist im Prinzip der gleiche wie beim Privatbrief, nur inhaltlich weicht es ab und zusätzlich kommt halt noch ein Deckblatt und der tabellarische Lebenslauf dazu. Das Anschreiben an sich entspricht aber dem Privatbrief. Ja, wenn Unternehmen Bewerbungen bekommen, dann sind es mehrere hunderte vielleicht auf einer Stelle. Natürlich bei größeren Unternehmen sind es mehr, bei kleineren dann weniger. Je größer das Unternehmen ist, desto weniger nimmt man sich vielleicht Zeit, sich die vielen Bewerbungen anzusehen, teilweise bis zu 30 Sekunden. Und hier ist es halt wichtig, einen möglichst guten Eindruck und einen ersten, schnellen, guten Eindruck zu hinterlassen. Hier ist es deshalb wichtig, weil man halt entweder sofort in die engere Wahl kommt, sofort eingeladen wird oder die Bewerbung wird gleich zurückgeschickt. Hier ist halt wichtig, dass die Bewerbungsmappe dann entsprechend gut aussieht. Hier wäre eine Checkliste, was man hier beachten sollte. Also keine Kunststoff-Klemmmappe noch mit Preisschild. Es soll etwas hochwertiger aussehen. Ein sauberes, weißes Papier, ein aktuelles Bewerbungsfoto. Diese ganze Mappe soll in einem großen DIN A4 Umschlag verschickt werden. Also nicht, dass man die Mappe dann noch knicken müsste. Ausreichend Porto drauf, damit die Firma nicht noch extra für die Empfang noch Porto nachbezahlen muss. Und dann Lebenslauf und Anschreiben natürlich mit Unterschrift versehen. Auch achten, dass inhaltlich alles richtig ist, dass keine Rechtschreibfehler drin sind. Auch, dass die beiden Datumsangaben richtig sind. Aus was besteht so eine Bewerbung? Einmal aus einem Deckblatt, dann folgt der Lebenslauf und das Ganze wird dann entsprechend mit einem Anschreiben verschickt. Und falls vorhanden, dann noch entsprechende Zeugnisse, Praktikumsbestätigung oder was man sonst noch für eine Bewerbung an Bestätigungen mitschicken kann. Schauen wir uns mal das Deckblatt an. Hier ist wichtig, dass der Name drauf steht. Es sollte auch entsprechend etwas gestaltet sein. Hier sind drei Beispiele. Die Stellenbezeichnung für die Stelle sollte entsprechend aufgeführt sein. Vielleicht noch die Adresse auf dem Deckblatt mit aufnehmen. Und hier auch wieder wichtig, ein edleres Papier verwenden, das sich dann hochwertig anfühlt. Der Lebenslauf selber. Erst einmal zum Layout. Also die Überschrift Lebenslauf sollte drüber stehen. Man sollte darauf achten, dass es immer in der gleichen Schriftart und Schriftgröße geschrieben ist. Und was auch wichtig ist, also besondere Kenntnisse und Fähigkeiten bitte wirklich hier mit aufführen. Also Excel, Word, PowerPoint-Kenntnisse oder von anderer Software oder vielleicht mehrere Sprachen werden hier besonders wichtig. Und zum Schluss dann Ort, Datum, Unterschrift schließt der den Lebenslauf dann ab. Wenn man den tabellarisch aufführt, dann kann man sich an folgende Struktur halten. Ob man jetzt hier wirklich alles auflistet, also wenn man keine Geschwister hat, dann natürlich nicht. Geburtsdatum, Ort, die Anschrift ist wichtig, der vollständige Name. Dann die Schulbesuchsjahre mit den verschiedenen Schulen, also Grundschule, Mittelschule, je nachdem welche Schullaufbahn man verfolgt hat. Dann, wie eben angesprochen, die Qualifikationen und vielleicht auch die Praktika, die man im Laufe der Schulzeit dann auch noch erledigt hat. Und was immer ganz gut kommt, sind auch Hobbys, die man hier auflistet und dann noch einmal den Berufswunsch angibt. Zum Bewerbungsfoto, die Größe ist wichtig. Am besten macht man die wirklich beim Fotografen, weil der weiß, wie muss man schauen, von welcher Seite fotografiert man ein und sucht auch die entsprechenden passenden Bilder raus. Er hat ein Auge dafür. Hier noch ein paar Kriterien, auf das man achten sollte. Also, dass der Hintergrund zum Hauttyp passt, dass es nicht älter als sechs Monate ist. Also, man soll dann auch entsprechend darauf erkannt werden können natürlich. Die Position von diesem Bild, wenn man es digital hat, dann kann man es natürlich sehr gut in den Lebenslauf integrieren. Entweder rechts oben von der Tabelle oder dann nochmal auf dem Deckblatt vorne drauf. Je nachdem, je nach Größe, wie es sich eben anbietet. Zum Anschreiben verwendet man einen ganz normalen Privatbrief. Wie der Privatbrief aufgebaut ist, das könnt ihr in einem anderen Clip ansehen. Den habe ich ja schon gemacht. Und vom Inhalt, also der Brieftext, der würde jetzt hier so aussehen. Also, einmal einen einleitenden Gedanken, warum man denn überhaupt diese Bewerbung schreibt. Dann die Angabe zur eigenen Person. Dann, warum man sich überhaupt beworben hat. Also, die genauen Gründe nennen. Und dann zum Schluss nochmal einen Abschlusssatz, der das Ganze abschließt. Hier kann man dann zum Beispiel schreiben, dass man sich über ein persönliches Gespräch freuen würde. Inhaltlich gibt es verschiedene Varianten, die man hier wählen kann, von Formulierungen. Es gibt in verschiedenen Bewerbungsratgebern verschiedene Vorlagen, die man verwenden kann. Hier sollte man allerdings aufpassen. Vieles kommt natürlich den Personalabteilungen zu Hunderten entgegen. Man liest also immer wieder gleiche Formulierungen und weiß dann, das ist aus diesem oder jenem Buch abgeschrieben. Oder das ist die Formulierung, die man von der Arbeitsagentur bekommt. Hier ist jetzt auch ein Beispiel aufgelistet, das eine Standardformulierung ist vom Berufsberater. Und hier sollte man sich halt überlegen, ob man dann nicht etwas Eigenes formuliert. Und hier auch dieser Schlusssatz, den ich jetzt vorhin schon formuliert hatte, dass man sich über ein persönliches Gespräch freuen würde. Das sollte dann allerdings auf alle Fälle hier noch abschließend genannt sein. Wichtig ist bei, sogar mit Sound, dass man in dem Brief noch den Lebenslauf und die Zeugniskopien aufführt und die Praktikumsnachweise, weil es sein kann, dass man, wenn man es nicht entsprechend in dem Brief auflistet, dass die vielleicht verloren gehen kann. Und dann hat man hier noch die Auflistung, was in diesem Brief oder was in dieser Bewerbungsmappe noch mit enthalten war. Es gibt noch andere Arten von Bewerbungen. Einmal Online-Bewerbung, das heißt, man macht eine Homepage auf, man hat dann ein Online-Formular, das man entsprechend ausfüllt. Hier kann man natürlich schlecht die Bewerbung, die man schon hat, hier übertragen. Da muss man sehen, nach was man alles gefragt wird, ob man alles verpflichtend ausfüllen muss. Und das machen Firmen mittlerweile, um einfach die Flut von Bewerbungen besser bewältigen zu können. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich per Mail zu bewerben, was heute schon oft gang und gäbe ist. Hier ist das Anschreiben praktisch die E-Mail und die Bewerbungsmappe, also das Deckblatt und der Lebenslauf. Der sollte dann eben eingescannt werden. Entweder das oder, weil es ja eh schon digital vorhanden ist, das Ganze als PDF abspeichern. Ein Word-Dokument bietet sich hier da weniger an. Man weiß nicht, in welcher Version es vielleicht in der Firma vorhanden ist, ob die überhaupt Word benutzen. Vielleicht haben die ja OpenOffice. Und wenn die dann ein Word-Dokument öffnen, dann verschieben sich vielleicht Tabelleninhalte. Und man kann nicht sicher sein, dass die Bewerbung oder die Tabelle so ankommt, wie man das zu Hause auf dem Computer hatte. Und deshalb ist eine PDF von dieser Mappe die beste Entscheidung. Also einfach das Word-Dokument als PDF formatieren. Und dann kann man das der E-Mail anhängen. Was auch noch möglich ist, was auch manche machen, ist, eine eigene Homepage zu erstellen mit einer einfachen Struktur, wo praktisch die Inhalte der Bewerbungsmappe dann entsprechend verteilt werden. Hier kann man natürlich dann noch sehr viel mehr auf so eine Homepage packen, je nachdem, für was man sich gerade bewirbt. Und dann kann man ja auch noch mehr auf so eine Homepage packen, was sagt Belle Auch hier kann man nicht mehr auf so eine Homepage packen. Und das ist es ja ganz wichtig, weil es die Um твоorglich macht, sowas sind nicht mehr auf einem einfachen Struktur, sondern dann kann man ja auch gerne in diese Samh leave hang 165gili, wo dann noch's ist, wird nicht mehr reluctant sein. Untertitelung des ZDF, 2020